Heute gut aufpassen kann heissen, morgen gut gespart zu haben. Zum gesund bleiben braucht ein erwachsener Mensch im Schnitt jeden Tag 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit. Bei heissem Wetter entsprechend mehr. Hoffentlich ist dieser Sommer noch möglichst oft entsprechend heiss. Und das ist der Preisschlager. Zwei Kinderflanellhämpchen in den aktuellsten Farben und Muster kosten morgen bei GOP nur 20 Franken. Bis morgen, sparen Sie gut.